Ja, also hier mein Sprachreview zu Adference. Wir benutzen dieses Programm schon jetzt seit einiger Zeit bei uns in den Firmen und haben große Erfolge damit erzielen können im Bereich Marketing, im Bereich Kundenakquise, Platzierung von Werbung und so weiter. Also alle diese Grunddinge rund um Marketing. Ja, es ist sehr leicht zu bedienen und vor allem eben die Erfolgsrate ist das, was uns so sprachlos macht bei dem Produkt. Also wir haben wirklich einen enormen Anstieg in allen Bereichen, seitdem wir dieses Produkt nutzen. Und natürlich decken sich dadurch nicht nur die Kosten des Produktes, sondern auch, ja, der Gewinn hat sich dadurch wirklich deutlich erhöht und was immer super natürlich wichtig ist für uns, ja, die Akquise von neuen Kunden, einfach mehr neue Kunden zu haben, nicht nur auf die Stammkunden angewiesen zu sein und, ja, damit unser Geschäft, unser Modell erweitern zu können. Was auch sehr praktisch ist, ähm, bei uns, wir haben natürlich mehrere Amazon-Accounts, dadurch, dass wir verschiedene Firmen haben, verschiedene Produkte anbieten und so weiter und hier nimmt uns das Programm Adference auch enorm für Arbeit ab, diese Accounts zu betreuen. Ähm, früher, ähm, hatten wir dafür Mitarbeiter, die diese Accounts betreut haben und alleine hier macht sich das Programm bezahlt, da wir an den Mitarbeiterkosten sparen und die Mitarbeiter jetzt woanders eingesetzt werden können und wir dann wieder in anderen Bereichen, ähm, ja, uns erweitern können. Also ich kann dieses Programm empfehlen, die Preise sind wirklich sehr, sehr fair, natürlich, man muss dann auch was mit diesem Programm machen, dieses Programm alleine einfach, äh, zu nutzen, wird einem nicht helfen, man muss auch mit diesem Programm arbeiten, man muss wissen, wie man mit diesem Programm arbeitet, aber da gibt es auch einige Webinare, die einem erklären, wie man mit diesem Programm arbeitet und es ist sowieso sehr nutzerfreundlich, also, ja, wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Ich kenne kein anderes Programm, was, also wir, wir kennen natürlich andere Programme, die in diese Richtung gehen, aber kein anderes Programm konnte bei uns so gute Erfolge erzielen.